Die Laus, die Milbe oder die Motte? Peter. Die Laus? Also welcher Begriff bezeichnet das Stadium vor dem vollendeten Schmetterling? Haube, Pasche oder Puppe? Franz. Haube. Wer beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Erforschung und Darstellung der Geschichte? Komiker, Historiker oder Kritiker? Maria. Kritiker. Wie heißt die Frau des verstorbenen Beatles-Sängers John Lennon? Yoko Ono, Yokohama, Yokosuna. Franz. Sagen Sie es mir. Franz. Franz. Ehre an Franz. Yokohama. Ja, kann man nicht machen. War eine schwere Frage. Was man sagen muss. Was man sagen muss.